Joooo, ihr Penners, Nudelns und Nudelinis! Äh, bevor das Game startet, wir dürfen Kartinen machen, das ist nicht so viele. Wir kommen! Nein! Okay, okay. Äh, ich sag mal hier, willkommen noch mal zum achten Mal, dankeschön, dass ihr mir immer in der Reihen sprecht. No problem. So, wir sind der Hypixel und ich bin der Runde des Survival Games. Shadex macht nur bla bla bla. Sobald games. So kipp gewählt. Ja, ja. Was, was hab ich hier genommen? Mietmaster ist das Beste. Mietmasters ohne Spaß ist das Beste. Oh, verdammt, ich hab, äh, ich hab, äh, nein, ich hab vergisst was zu nehmen. Mietmaster ist das Beste. Weil, weil die Mietmann, äh, bei dem Mietmaster bekommt man ein Schwert, äh, Essen und so, wa? Ich hab vergessen was zu nehmen, viel schlimmer. Ich hab jünger meiner... Danke fürs Pushen! Der Falco, die hinterher und ich rette dich jetzt gleich. Ich hab ein Steinschwert. Ich hab nur Schnellsteinast. Ich hab ein Holzschwert. Und ich bin gleich tot. Warum? Weil ich noch drei Leben hab. Ah, das, das ist der Grund, warum du gleich tot bist. Nein, weil, ähm, nichts gerade zwei Leute verfolgen. Rennen? Huiiii, bin ich schon reich an Essen. Erstmal einen Klatschen. Oh Mann, jetzt ist der hier im Wasser, ey. Ja, ich hab einen getötet. Ich auch. War's los. Nein, ich bin tot. Hihii. Klecksler, ich bin hinter dir. Klecksler, Klecksler, warte. Ich bin fast da, bei dir. Aber das sind zwar hinter dir. Ne, nein, nein, nicht mehr. Komm, komm mit. Ich hab zwei Boote. Boah, ich kann nicht weg... Hey, nee. Aber du ein Steinschwert. Ich bin nur... Zoweit gehen, es ist dann richtig heftig. Da brauchen ich Geschwindigkeit. Immer, wenn einer stirbt, das für Geschwindigkeit. So, wie ihr seht, bräuchte ich zu erzählen, die Leute. Ich bin tot, ey. Boah. Was, ich krieg's nicht schicken. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Hi, Heiko. Ich bin... Brauch einer, brauch einer einen Bogen, oder so? Ich brauche anderen, das Fleisch. Brauche einer Schuhe. Hier, nimm mal kurz den leeren. Hier, nimm mal Schuhe. Nehmen mal Schuhe. Ohne Schuhe. Musst du dich an, oder nicht? Mit ne Hose. Jetzt soll die mal stehen bleiben. Pass auf, dass da keiner kommt, hat ein Schwert für mich. Kein Besetz nur eins, ich hab ne Axt. Eine Axt habe ich auch. Ich hab ne Axt. Ich hab ne Axt. Aber ich hab ne Holz in den Steinschern. Ich kann es entscheiden... Ja, ich bin da nicht dran. Ich hab doch selber... Geh immer weg, ich hab selber was zu brauchen. hier ich bin ich bin ja Marco ich habe nur eine Hose, brauche ich eine Hose? ich bin TNT-Tag ok ach stimmt ich habe gar keine Hose an wo seid ihr? wir sind an so einer Kirche Badusch ich habe aber nur ein paar Pfeilchen ja auch nur 6 da oben ist alle, da oben ist einer ist das schädigst da oben da oben in zwei oder? ja hier bin ich hallo wo? ich bin TNT da oben das ist so viel bleiben alle Dömer auf den OP Lass mal drauf gehen äh ich hab Holzschwert und so, wer hat noch kein Schwert? ich hab kein Schwert ich hab ne Axt, ne Stein-Axt, die ist genauso gut wie ein Holzschwert, also so egal ne Axt hab ich noch jetzt hab ich drei Axte Axte ok gehen wir mal ein bisschen ich brauch einen Bogen hier ja ich, ich brauche einen aber schau, die gibt mir die Axte ja, das ist Drei Axte ja, danke, brauche ich nicht ich weiß noch ein bisschen, man hat keine Ahnung, ob man das braucht hier, das brauche ich ich kriege mir die Schuhe, ich brauche Schuhe, ich brauche Schuhe ich brauche Schuhe, ich brauche Schuhe ja hier, ich hab Schuhe hingeworfen ich hab mir die genommen ja, ja xD Ui ja, was die gek lem打t ja, was die Kiste get but Ich hab das auch 13 int äh äh, nur Anja krieg den ah, halt schwer baut peux maranten, die keredetenteorang Uuh, was, die alles drin *** Immensen Eigentlich zum Krimpferenz war er kommt von Rotter aber ich habe noch mögliche aber ich habe noch zu nehmen und backen ja ich muss auch noch ein kommt noch nicht wo er muss ein kräftiges jetzt los die Fakten da die Karte sag ich nur ich glaube man darf nicht machen zu viel, da wirst ich auch ich hab schon nicht so viel Zeug ich suche jetzt mal einen Ofen wieder, wo war denn der Ofen nochmal? in der Kirche da nein, hier, ne ich hab ihn gefunden hier, wo seid denn hier? Schädig, verliert man sich ich hab ne Angel ich hab kein Steinschwert ich hab zwei ich hab zwei Steinschwert, komm her ich hab sogar drei ja super, hu, nein ich bin da in der Kirche, ich hab auch wieder da oben eine Kirche, ich hab immer irgendwo allein nehm, du bist du? hu, ich fall immer wieder runter, egal ich hab auch ein Schwein zu verschaffen vielleicht ist hier oben er noch mal zu klonen ja du klonen, ja wenn der getötet wird? ja nicht tot aber Leute, wir sind die einzigen, die noch da sind nein, ja ne ja ne ja tatsächlich oh ich renne nicht, ich hab keinen Ort ja ich will mich auch ich weiß, dass du Skillkünste hast oder das soll ich zwei Team machen? nein, nein, ah, ich werd fast runtergeflugt zwei Zweierteams, ok, bitte das soll ich zwei Zweierteams machen schädig, sag zu mir, ich bin oben in der Kirche man, scheinig, das muss ich auch machen ich hab mich nicht zwei Zweierteams machen Alter, wie hoch ist das denn noch, ey? oh, ich renne äh äh das schädigte nicht ach nein, wo das erzieht ja, Heiko kannst auch sehen, wie scheiße die beiden sind, ne? Deathmatch ich hab noch mit schädigten Kämpfer äh, ich kann euch aber beobachten Hä? wie kann man das machen? Desmit geht's mal alleine, Spektäter ja, da geht's euch beiden mal Marco, ich bin doch am aufnehmen, Mensch oh, tut mir leid, ich bin grad konzentriert jetzt muss es mal konzentriert, kann noch sein BAMS GG mein Freund ja, aber nicht, aber wenn ein Schwert mit Chef 127 hat, dann ja so, das war dann mal diese schnelle Runde Survival Games ja, mache ich auch ja, ich lass mal weiterlaufen ne, ich lass mich weiterlaufen ich mach jetzt mal hier einen Break, einen guten Kunden, Kieten Cut, gut, bis gleich tschüss